es geht willkommen zu einem neuen video von mir und auf jeden fall leute ihr seht das gerade ich hoffe hier heftig zu und zwar ich und finn spielen die heute den milizär die monate ja finn hat norwegen genommen ich habe ja wie genommen ja alles klar auf jeden fall leute sorry wirklich sorry ich bin ein paar videos gemacht habe weil ich konnte irgendwie nicht ich hatte derzeit kein internet und dann habe ich jetzt auch vergessen auf jeden fall dass nicht so viele tagen videos gemacht jetzt wird wieder die videos geben ich habe schon eine pistole ich bin ich habe ich habe ich wollte mich wenn ich mir die helikopter hau ja ich würde gerade heftig an eigentlich kann so hart angeschossen er hat eine drohne scheiße hab ich noch mein zweites stockwerk und du? ich hab noch die ledertür fehlt noch mein jahres ich hab ihn als wende kaufen für meine base zack krieg mir das wende kaufen kann mir bald mauer gekauft das wird geil ja leute ich soll das gerade nicht geredet haben ja ich bau gerade mal helikopter lande platt baue ich gerade oder? wende? ah ne das wird ein kleines gebäude ey ich freu mich wenn ich hier helikopter auf dem fahrzeug habe ok und da ich freu mich ich freu mich wenn dieser eine spieler liebt weil der hat ne drohne und der hat mich schon zweimal gegeht weil ich sagen und ich freu mich auf dem helikopter weil ich liebe helikopter weißt du was scheiße ist oh ja aber kommt aber auch mit danach mit autos aber kommt aber auch mit autos aber kommt aber auch mit autos was denn diese drohnen glaube ich verfügende sensoren auch wenn ich meine eine woche nehme aber jetzt ich habe hier eine eine wand ich bekomme aber auch noch autos also falls wir los haben wir ja auch dann noch autos ja ich habe mich aus wie ein gepäcknis helikopter wie warte ist das ein arbeiter wo haben wir kein arbeiter einstellen oha wir bleiben bleiben ich freu mich auf die autos und auf dem helikopter warte oha ja ne ja da hinten wird ein Zeugstrager gebaut oha am Meer am Meer wird ein Zeugstrager gebaut bei mir ok also folgt in die Kommentare wie es euch geht und ich werde eine Liste machen wie hätte eine Abfrage besser eine Abfrage genau nicht auf jeden Fall Abfrage Leute einer hat schon ein Doppelhelikopter einer hat schon ein Doppelhelikopter ich sehe das gerade in der Luft zuerst probiert abzuschießen probiert Doppelhelikopter abzuschießen das ist zwei Propeller hat er wie heißt noch als welche keine Armee meinst du äh Brunner da 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 hat man so zwei Pumpeller das ist ein Helikopter der hat zwei Pumpeller so ein Transporthelikopter ich glaub ja Transporthelikopter hieß der glaube ich wette oh ja ich hab jetzt von meinen zweiten Etagen wir sehen uns gleich so Leute ich war kurz weg ja ja ich hab mir ich hab mir ich hab mir ich hab mir Leute ja aber das kostet Geld das kostet Robox aber ein Gip kann man nicht dafür holen für 1000 Geld kann man nicht die Leute was ist das alter komm mal hab ich viele Wochen freigeschaltet die arbeiterklasse das ist die arbeiterklasse einfach ich kann mir ein tv kaufen leute ich sehe schon wir müssen ich sehe schon wir müssen gleich aufhören ich hoffe ich kaufe hier noch kurz das das ist so eine rot-blau-weiß jetzt war aber das video ist gleich das video ist zu ende also leute lasst ein like da lasst ein abo da macht die glocke aktivieren und bei finden könnt ihr gerne auch abonnieren wenn ich einen link in der beschreibung machen und ja das war's mit dem video haut rein bis zum nächsten